Okay, wir fangen an. Alistar ist shit. Don't play Alistar. Ich tue ihn jetzt mal in C, okay? Genau, was ich noch dazu tun will, innerhalb der Kategorien gibt es keine Reihenfolge. Vielleicht mache ich es noch, aber stand jetzt nicht. Okay, Alistar wurde zwar öfter gebufft, aber der Champion hat einfach so viele schlechte Matchups. Alistar hat, glaube ich, 5 Champions, in die er nicht spielen kann. Du kannst gegen Milio nicht spielen, kannst gegen Janna nicht spielen, du kannst gegen Fresh nicht spielen, gegen Nautilus verlierst du. Ja, you know it. Das sind nur die, die du jetzt gegen Braun kannst du nicht spielen. Alistar hat so viele, so terrible Matchups. Don't play him. Und das Game ist in Season 13 einfach zu mobil. Zu viele Leute können einfach deine Combo dodgen. Bluteiger, danke für dein Sub. Auch dir vielen lieben Dank, dass du gekommen bist. So. Hab gestern S plus auf ihn gemacht. Oh, du hast recht, dann ist er S tier. Sorry, sorry dafür. Hättest du mal früher sagen sollen, ihr habt recht, Alistar ist komplett broken. Gut. Amumu Support hab ich jetzt länger nicht gesehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der noch stark ist. Wurde jetzt auch wieder gebufft. Amumu würde ich jetzt mal in B tun. Hat auch ein paar schlechte Matchups, aber du hast halt insane Teamfight-Bombo-Kombo. Ich glaube, dass Amumu immer noch gut spielbar ist. Ähm, Bart. Das wird jetzt der erste Hot Take. Don't play Bart. Okay? Wir klammern hier alle Bart One-Tricks und die Leute, die ihn seit drei Jahren spielen, klammern wir aus. Momsi, du bist Bart One-Trick. Okay, Momsi. Okay, wir machen das jetzt ganz leicht. Momsi, der hier gerade im Switch-Chat ist, das ist ein Bart One-Trick, der jede Season Challenger peekt, wenn Bart viable ist. Und ich werde jetzt auf seine Elo schauen und wenn er Challenger ist, dann ist Bart gut und ihr könnt ihn spielen. Und wenn er nicht Challenger oder Grandmaster ist, ist Bart Shit. Er ist Bart One-Trick. Er spielt besser Bart als sie alle zusammen. Er schreibt den Chat. Don't check, don't please. Master 200 LP. Das sagt alles drüber aus, wie gut Bart momentan ist. Und der ist One-Trick. Don't play Bart. Sorry, Momsi, aber du brauchst mein Beispiel. Okay, Bart ist Shit. Don't play Bart. Annie ist giga gut. Ich weiß noch nicht, ob ich CS-Tier tun würde, aber Annie ist immer noch sehr, sehr geil. Ähm, die Riders-Interaktion auf dem E-Spell. Du hast eine solide Laning-Phase. Scales sind sehr gut. Gerade auch mit Glacial Augment. Und dem neuen Support-Item mit Echoes of Phila ist gut. Jorilla immer noch Broken. Annie ist immer noch. Sehr, sehr nice. Blitzcrank S-Tier. Keine Frage. Es gibt per Default eigentlich kein Matchup, wo ich sage, da ist Blitzcrank Hard-Losing. Klar, wenn du gegen Nautilus Draven Lanes ist rough. Das ist vermutlich so die einzigen Lanes, die wirklich schwer sind. Aber Blitzcrank ist ein Insaner-Champion. Es gibt so viele gute Item-Builds mit ihm. Man kann damit so Hard-Warn wie Nein machen. Selbst wenn du in den ersten 15 Minuten jeden Hook misst. In Teamfights ein, zwei gute Hooks und ihr habt trotzdem das Game getarried. Don't play Braum. Braum ist ein reiner Counter-Pick. Wenn ein Gegner trollt und irgendwie Alistar oder Nautilus Blind pickt, dann könnt ihr Braum spielen. Aber ansonsten Braum gegen jeden Range-Champion ist ein Default-Loss. Ash Support würde ich B-Tier raiden. Mit Echoes of Helia wäre sie A-Tier, aber sie haben die Interaktion mit Grasp haben sie raus... Äh, nicht mit Grasp, mit Fond of Life haben sie rausgenommen. Man kann sie spielen. Ich spiele sie gerne. Ist witzig, wenn die Gegner eine sehr weaker Laning-Phase draften. Kann immer noch nice sein, aber generell keine Recommendation. Äh, Who's Next? Okay, wir benutzen Brand als Stellvertreter für alle Mage-Supporter. Mage-Supporter war ich großer Fan von. Anfang der Pre-Season. Mit dem neuen Imperial-Manded, komplett broken. Mittlerweile am Anded wirklich ordentlich genervt. Ähm, deswegen Mage-Supporter in Lower Elo. Sehr, sehr gut. Umso höher in der Elo, desto mehr fallen sie ab. Deswegen würde ich den jetzt erstmal auch nur in B-Tier packen. Rippa-dippa-dippa-dippa-hippa-dippa-dippa. Janna ist komplett broken. Auch insane Win-Rate. Einer der höchsten Win-Rates. Abuse die Enchanter-Items wie keine zweite. Janna hat auch eins der von den Enchantern mit Abstand das beste Solo-Carry-Potenzial. Er könnte mit dem Champion gut rohmen. Janna, insane stark. Äh, hippa-dippa-dippa-dippa. Ivan Support. Bin ich auch Fan. Ist auch solide. Daisy ist komplett broken. Der Damage von ihm ist komplett broken. Find ich auch geil. Probiert's einfach mal aus. Lasst euch nicht flamen. Der Champion ist legit gut. Sobald er natürlich genervt wird, ist es nicht mehr. Aber Stand jetzt ist er gut. Äh, Karma bin ich, by the way, auch kein Fan von. Sie ist nicht ganz so schlecht wie Alistar. Aber jetzt vor allem, Karma war noch decent mit dem OP in Imperial-Manded. Manded wurde genervt. Wenn ihr, Karma kann man spielen mit Komet und wirklich voll rein von den Laning-Phase. Aber wenn ihr dann aus der Laning-Phase nicht mit nem 50 CS-Li draus geht und vier Platten bekommen habt, seid ihr mit nur 15 Out-Scaled. Also Karma ist Geld wirklich überhaupt nicht mehr. Ihre Schilde wurden so hart genervt. Ich bin kein Karma-Fan. Äh, wer ist der nächste? Die nächste, Leona. Genau dasselbe Schicksal wie Alistar. Vielleicht einen Ticken besser als Alistar. Aber hat einfach so viele schlechte Match-Ups. Ja, ich weiß nicht. Ihr werdet von Mercs gehart-countert. Kein Fan von. Spielt da Mumu. Wenn ihr unbedingt fighten wollt. Morgana. Ist, also Morgana spielt man einfach nie. Morgana würde ich nie picken. Und jetzt kommen wieder die ersten. Aber ich hab mit Full-AP Morgana in Iron 19 70% Morgana ist einfach Trash. Morgana braucht nen Rework. Morgana hat keine Passiv- und keinen W-Spell. Der Q-Spell ist ultra-clunky und langsam. Die Ulti ist ultra-clunky und langsam. Don't pick her. Lulu würde ich mittlerweile legit nur noch B-Tier packen. Lulu ist ein guter Champion. Und auch Lulu-Ash, glaube ich, kann hart rasieren auf dem Patch. Aber die anderen Enchanter sind einfach besser. Irgendwie. Wobei, es ist ein bisschen viel Spatement. Lulu in dasselbe Tier wie Karma zu picken. Aber, schau mal. Wir machen jetzt Dia-Plus. Äh, Dia-2-Plus. Um, um... Lulu hat halt 47% Winrate. 48. Und jetzt vergleicht Janna ist bei 54. Oder Sona ist bei 52. Es ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Lulu ist bei... For sure der schwächste Enchanter. Außer... Der einzige Winkel, wo Lulu wirklich gut ist oder mehr Value hat, ist eine Sona oder eine Janna, ist, wenn das in dem Team wirklich zwei Assassins hat und deine Ulti und dein Polymorph halt insane sind. Aber sonst die anderen Enchanters sind einfach besser. Und auch leichter zu spielen. Ähm... Lux ist probably der beste Mage-Supporter. Aber selbe Meinung zu Brand. Es hat Lux Mage-Supporter in Low-Elo mega nice. Umso höher, desto schlechter. Ähm... Milio nach Nerves. Ich würde ihn immer noch RT-Raten. Die Pick-Rate zumindest meiner Erfahrung nach muss extrem gedroppt sein. Ja! Look at this! Hör ich das an. Die sind einfach von von 21% auf 14 in Diamond. Crazy. Komplett eingebrochen. Aber Champion hat immer noch seine Windows. Ich würde ihn jetzt nicht mehr per Default picken. Aber gerade wenn die Gegner HCC haben, wenn du mit deiner Ulti-Value bekommen kannst, ist der Champion immer noch ein 10. Äh... Bli-Bli-Bli-Bli. Nautilus. Nautilus ist immer noch so der Default-Champion. Er hat jetzt... Ich glaube, er hat keine gute Winrate in Solo-Q. Aber Nautilus... Oh, actually hat er doch. Nautilus ist am besten darin, Enchanter-Supports in Lanes zu punishen. Du hast immer einen Sicken-Engage. Du hast immer Easy-Point-Klick-HCC auf jeden Enemy-Carry. Er ist leicht zu spielen. Keine Ahnung. Geht in die Duo-Q. Spiel Nautilus Draven und ihr könnt die Elo farmen. Also Nautilus ist mit Abstand der beste Tank-Support. Ist er actually nicht. Aber okay. Maokai bin ich immer noch Fan von. Tank Maokai mit Aftershock und Even-Trout. Go for it. Ist... Ist basically Nautilus ein bisschen weniger Single-Target, mehr Teamfighting. Mehr AOE. Durch die Ult. Aber Maokai ist immer noch geil. Komm, Maokai darf hier das BT-A anführen. Maokai ist der beste Amomo. Ich denke, das ist der Vergleich. Pyke. Selbe Kategorie wie Bart. Don't play him. Wenn euer Vorname nicht Hylisang ist, dann spielt einfach keinen Pyke. Pyke ist so, so schwer zu spielen und im Vergleich zu Bart scaled Pyke nicht mal. Weil Pyke, wenn ihr keinen guten Pyke spielt, spielt euer Team ab Minute 15 vier gegen fünf. Der Champion ist so useless, wenn er nicht lane hardstompt und selbst dann fällt er noch hard ab. Und er ist so schwer zu spielen. Don't play Pyke, wenn ihr nicht Platin-Pyke-Main seid oder höher. Äh, Nami? Ah, ist Nami B oder A? Wir müssen wieder ein Special Lucian-Nami-Tier einführen. Aber Nami suffert halt auch von den Mandate-Nerfs. Deswegen würde ich sie jetzt in B-Tier eigentlich lassen. Mandate würde schon hart genervt. Lucian auch. Lucian-Nami würde ich immer noch, also Lucian-Nami zusammen ist noch A-Tier, aber Nami Standalone ist B-Tier. R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-S Ich schaue mal nur, dass wir kein Champion vergessen. Rakan. Ah, Rakan ist schwierig. Rakan ist noch sehr, 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 sehr gut. Aber Rakan muss man auch einigermaßen spielen können. Weil ihr seht schon, da oben im S- und im Arth . hier sind einige Champions dabei, die sehr rough sind für Rakan. Janna ist unplayable. Eine gute Janna und ihr könnt deinstellieren als Rakan. Auch Blitzcrank ist sehr, sehr unangenehm, weil der Chainsy Ihr seht euch mit dem Silence. Probably auch noch mit Everfrost, wenn ihr das baut. Und ihr könnt das Game nicht spielen. Deswegen widerstrebt es mir. Auch Milio ist sehr rough für ihn. Deswegen will ich ihn nicht S-Tier-Pick placen. Aber er ist for sure noch gutes Artyr. Wenn ihr einen soliden Rakan spielt, auch absolut geiles 1-V9-Potential. Aber für S-Tier sind die Counterpicks momentan zu gut. Ja. Die neue Rell. Die ist eigentlich schwer einzuordnen. Ich sag, wie es ist. Ihre Winrate muss immer noch sehr, sehr gut sein. Ich hab sehr viel Spaß, den Champions zu spielen. Wir lassen die Artyr. Rell hat auch einige schlechte Matchups. Aber der Punkt ist, dass viele noch nicht realisiert haben, wie man gegen die neue Rell spielt. Und davor war es so, du kennst einfach ihre W. Und du bist Bing-Chilling. Aber mittlerweile läuft sie einfach auf dich drauf und Q-t dich. Und weht dann. Und dann gibt es nichts mehr zu interrumpen. Also Rell ist wahrscheinlich sogar S. Also wenn ihr sie spielen könnt, ist sie probably S. Und ansonsten A. Weil sie der Champion einfach so gut ist. Ah, weiß ich nicht. Lassen wir sie S? Aber eigentlich, wie kann ich einen Champion mit 56% Winrate nicht S lassen? Was hat sie für eine Pickrate? Knapp 10% Action Diamond. Ne, wir lassen die jetzt S. Der Champion ist einfach insane. Du musst nur drauf kommen, wie man sie spielt. Legit, hockt euch hin. Rell ist kein komplexer Champion. Ihr müsst nur drauf kommen, dass ihr nicht in Lane mit W engaged. Sondern mit E into Q und dann W. Dann ist der Champion broken. Wir lassen Rell S. Wer hätte das gedacht? In der Kanite, der Stray of S tier. Aber der Champion ist wirklich gut. Und die ganzen Nerves in letzter Zeit waren mostly für Jungle targeted. Und für ihren E-Damage. Was auf Rell Support nicht juckt. Renata ist auch Don Picker. Renata will, als Renata willst du gegen Engage Supporter spielen. Du willst gegen die ganzen Nautilus, Alistair, Leona. Willst du spielen. Aber die pickt momentan niemand. Du hast als Renata nur sehr schweren Zugriff auf Enchanter. Und generell auf, du hast einfach keinen guten Engage, um Squishies zu picken. Und das ist das, was mertet momentan. Und ein guter Enchanter bist du auch nicht. Die Enchanter-Alms sind sehr, sehr OP. Und sie abuse sie kaum bis gar nicht. Don't pick, Renata. Senna. Ich hab zu Senna irgendwie keine Meinung. Der Champion kann gut sein. In den meisten Fällen ist er es nicht. Wenn ihr Duo queuet und ihr spielt irgendwie eine Fasting Senna mit Maokai oder mit Nautilus oder von mir aus auch mit Seraphine, ist diese Combo insane. Also das ist auch eine meiner kleinen Empfehlungen. Wenn ihr Duo Botlane spielt, spielt Senna Maokai oder Senna Seraphine, Senna Nautilus, Senna Sion. Irgendwas, Fasting Senna ist S-Tier. Aber einfach nur in eine Team-Comp eine Random Senna reinzuschmeißen als Support ist terrible. Deswegen einfach nur B-Tier. Ähm, okay. Seraphine ist kein Support. Cooldons sind zu lange. Sieht zwar nice aus, wenn ihr mal ins Elite-Game kommt. Aber wenn ihr Seraphine spielt, dann pickt ihr bitte einfach Sona. Und ihr habt dasselbe Gameplay, nur in tausendmal effektiver. Ähm, Soraka. Ja, ich hab sie auf dem neuen Patch schon nicht gespielt. Und man sieht sie auch kaum. Mein, der neue Moonstone müsste auch in Senna 4 sein. Und deswegen, glaub ich, verdient sie auch das Artyr. Also der neue Moonstone ist wirklich OP. Auf Leuten, die ihn abusen können. 53% Winrate. Der Vorteil, Soraka ist zwar in den Team-Fights nicht ganz so cracked wie Sona, aber dafür hat sie die bessere Laning-Phase und einen besseren Peel. Deswegen würde ich Soraka jetzt einfach in Artyr lassen. Ich denke, ist schon reasonable. Ich kann eine kurze Frage, ich hab damals einen neuen Merch bestellen, deine Mail bekommen, dass es erst am 19. verschickt wird. Hab jetzt keine neue Mail bekommen. Weißt du, ob das jetzt passiert? Ja, bitte. Ich hatte gestern das Merch-Meeting. Die neuen Merch-Sachen sind gestern im Lager angekommen und werden jetzt diese Woche verschickt. By the way. Wait, was ist das denn? Sorry, ich hab ihn nicht gesehen. My bad. Ich hab ihn nicht gesehen, sorry. Äh, Like-Code. Danke für dein verlängertes Abo de mon. Merci. Ähm. Thrash? Leute, ich bin halt Thrash-Man. So, und der Champion ist immer noch insane. Dass Thrash noch nicht genervt wurde, ist so lucky. Und Thrash wurde nur aus dem Grund nicht genervt, weil jetzt andere Sachen brokener waren. Ich glaub, eigentlich darf ich ihn nicht erst hier packen, aber wir tun ihn erst hier. Wenn ihr Thrash spielen könnt, ist der Champion immer noch insane. I mean, wartet. Also, ich hatte einfach keinen Bock mehr, auf Enchanter Support zu spielen. Und der Champion ist einfach immer noch so stark. Ihr könnt damit so hart Solo-Carryen. Er scalt immer noch mega gut, weil der Q-Code dann irgendwann non-existent ist. Man muss ihn spielen können. Ist einer der schwereren Supports. Und wenn ihr eure Sachen nicht trefft, dann lacht euch jeder Enchanter im Late-Game aus. Aber wenn ihr eure Sachen trefft, seid ihr immer noch komplett broken. Deswegen, das einzige schlechte Match-Up, das Thrash hat, ist Blitzcrank. Und eigentlich dürfte er deswegen nicht S sein, weil S-Tier ist für mich immer, kann man blindpicken. Also, ich würde ihn blindpicken. Als Thrash-Main kann man ihn auch blindpicken. Aber wenn ihr so Thrash-Anfänger seid und ihr blindpickt ihn und ihr kriegt den Blitzcrank rein, werdet ihr hart leiden. Aber ich lass den jetzt S-Tier, weil der schon mal einfach ein Zane ist. Was hat er für eine Winrate? Was hat das denn? Wenn man ihn richtig schreiben würde. Ja. Oh, E-U-N-E. Ja. Ist schon noch gut. Ist schon noch sehr, sehr nice. Ihr bietet halt so viel. Gerade wenn ihr mit Thrash einschätzen könnt, wann ihr Lantern-Bot spielt, wann ihr einfach nur defensiv chillt und mit Laterne spielt. Aber Blitzblind auch keiner Troll. Glaube ich nicht Limitless. Wie gesagt, das ist keine High-Elo-Liste. Ich glaube legit, wenn ich ein Gold-Supporter wäre und du hast, oder Silber-Supporter bin, ich würde in Blitzcrank jedes Game blindpicken, wenn du Blitzcrank spielen kannst. Fühlst du nicht? Also das ist keine Liste für Master, Grandmaster, Challenger. Ich glaube in Silber, wo die Games komplette Clown-Fiesta sind und die Leute auch die Match-Ups nicht punishen und du holst einfach Mobi-Boots und rennst 20 Minuten über die Map und versuchst einfach jeden Booty zu graben, den du siehst. Ist Blitzcrank, glaube ich, einfach insane für solche Games. Also ich glaube, eigentlich ist es Thresh. Aber ich bin Thresh-Man. Wir lassen den da fest. So, okay, what's next? Äh... Habe ich irgendjemanden vergessen? Also jetzt von oben, ich bin noch nicht durch. TK, legit, ich... Wenn wir jetzt keine Enchanter-Meter hätten, sondern Tank-Support-Meter, glaube ich, ja, Tank-Support-Esther. Tank-Support-Meter ist dasselbe wie Braum. Wenn jemand im Enemy-Team dumm genug ist, Alistar, Nautilus, äh, Mumu zu blinden und ihr pickt Tank-Support-Meter, dann habt ihr einen Freeman, wenn ihr den Champion spielen könnt. Aber basically, gegen alles da oben ist Tank-Support-Meter halt useless. I mean, maybe ist er gegen... Ja, Rel hat einen Shield-Break. Gegen Rel ist er unspielbar. Just don't pick Tank-Support-Meter. Ihr könnt allein nichts machen. Ihr habt null Carry-Potential. Ihr seid rein auf euer Team angewiesen und ihr seid nur gut gegen Melee-Champions. Äh... Von Tarek hab ich keine Ahnung. Ich seh diesen Champion nur, wenn ihn... Es gibt in Master gibt's irgendwie zwei, drei One-Tricks. Bei denen sieht der Champion actually gut aus. Er hat auch ne gute Win-Rate. Aber ich kann jetzt nicht dem Average-Carney-Viewer erzählen, spielt Tarek. Er hat ne relativ niedrige Pick-Rate von zwei Prozent und das sind dann nur One-Tricks und die wissen, wie man den Champion spielt und deswegen hat er ne hohe Win-Rate. Ich sag mir so, wenn ihr Duo-Queue-Botland spielt, könnt ihr Tarek gerne mal testen. Wenn ihr die Koordination mit eurem Homie habt oder mit euer Hominnen, dann spielt ihn. Er hat auch in Ultimate Bravery mit Tolkien Tarek Kamil mit Abstimmung war so OP. Aber ihr braucht die Koordination mit eurem Team. Das ist ein Solo-König gegeben. Der Champion ist langsam. Er ist clunky. Die Ultimate dauert so lang, bis sie durchkommt und das in der Meta, wo jeden jeden einfach One-Hitted spielt kein Tarek. Außer ihr seid eh schon Tarek-Main. Äh, was gibt's noch? AP Tristaner Support ist S-Tier. Komplett broken. Habe ich jedes Game damit gewonnen. Insane. Recommendation. Gerade gegen Janna. Super-Freeze-Match-Up. Alles gerade eben war gelogen. Ähm. Ja, Vega, Velkos ist alles... Also, Vega nicht. Velkos ist dasselbe Scheiß. Velkos ist einfach Brand in schlecht, glaube ich. Außer er heißt Super-Elche mit Vornamen. Und ich glaube, die beschwert sich auch immer, wie schlecht Velkos momentan ist. Ja, Xerat ist dasselbe wie Brand. Yumi. Yumi. Ich glaube, Yumi ist immer noch fein. Ja, Yumi... Yumi-Winrate ist halt immer schwierig, weil viele Leute trollen einfach, wenn sie Yumi picken und benutzen ihn als AFK-Champion. Yumi hatte noch nie gute Winrates. Egal, wie stark sie in Solo-Cure war. Wait, what? Yumi-Winrate ist von 51 auf 42% gedroppt. Also, ich würde eigentlich niemandem empfehlen, Yumi zu spielen. Aber ich glaube, dass sie immer noch gut ist. Also, der Graf macht mich kürre. Was denn da passiert? So schlimm war der Nerf nicht. Der neue Moonsign ist komplett insane auf ihr. Ha, genau. Komplett insane. 45% Winrate. Ich glaube, dass Yumi gut ist. Ich glaube nicht, dass sie bad ist. Ob ihr sie spielen wollt, ist euer Ding. Ihr gebt das Solo-Carry-Potential komplett weg. Der Nachteil ist, ihr könnt auch nur auf eurem Artist hier sitzen mit ihr. Aber ich glaube, dass sie immer noch gut ist. Und ich bin mir auch sicher, dass wir sie in Competitive noch sehen werden. Sobald wir auf dem aktuellen Patch sind. Yumi in Loya ist so sehr, sehr schlecht. Vielleicht, I mean, nein. Yumi in Loya ist ein zweischneidiges Schwert. Weil klar sind eure AD-Carries schlecht. Aber ihr könnt halt viele der Fehler kompensaten und sie werden für die Fehler nicht gepunischt. Und das Enemy-Team ist ja auch schlecht. Die All-Ins auf euch und euren Carry werden nicht so abgestimmt sein und nicht so gut sein. Die Games in Loya dauern auch länger, weil Leute nicht wissen, wie man Games finisht. Und ihr bekommt immer mehr Items und Yumi scale den Zayn mit Items. Und der ADC obviously auch. Also ich sträube mich jetzt, Yumi in das selbe Tier wie Xenna zu packen. Weil sie ziemlich sicher besser ist als Xenna. Wo siehst du Swain? Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Swain-Support gesehen in dieser Season. Ich würde Swain einfach genauso raten wie einen Brand auch. Mage-Support in Loya-Elo sehr gut und umso höher, desto schlechter. Okay. Äh, Zyra. Zyra wird ich jetzt B-Tier packen, aber die bekommt jetzt im kommenden Patch bekommt sie diesen Quality-of-Life-Change, dass ihre Pflanzen gegen Aoi E-Spells tankier werden und dass man ihren E-Spell anflaschen kann. Und wenn dieser Challenge kommt, ist sie A-Tier. Dann ist sie mit Abstand der beste Mage-Supporter. Der Termin ist jetzt schon insane und es gibt den Master auch ein paar One-Tricks. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass die keine schlechte Win-Rate hat, den Master. Yes. Aber halt eine Pick-Rate von 1,3%. Das heißt, sie spielen nur die One-Tricks und dann hat sie obviously eine gute Win-Rate. Yo-Meh 33% Win-Rate in Challenger. Ja, und jetzt? Hi, Melina. Zylien. Zylien ist auch ein Champion. Da habe ich schon fast vergessen, dass der existiert, weil ich ihn so lange nicht gesehen habe. Würde ich auch Zyra picken. Es gibt, glaube ich, keinen Grund, Zylien zu picken. Also wirklich. Okay. Die Enchant'er da oben machen einfach alles besser. Und Zylien hat wirklich kein Early-Game. Also Zylien ist wie Sona im Early-Game. Du bietest einem ADC nichts in der Laning-Phase, aber Sona ist danach Gott und du bist halt so ganz nett zu haben. Nebenbei. Das wäre so meine Einschätzung zu Zylien. Also lohnt sich einfach nicht, den zu spielen. Außer sein krasses Zylien in One-Trick. Dann, obviously, go for it. Dann sage ich nichts. Dann spielt der Zylien eh über der Curve. Aber... So, ich denke, die Mainstream-Sachen haben wir jetzt durch. Ich habe meine Meinung zum Mage-Support. Den habe ich jetzt 15 Mal gesagt. Dazu fällt jetzt von mir aus auch ein Xerat, der jetzt nicht in der Liste ist. Oder eine Anivia, wenn ihr die unbedingt spielen wollt. Nico ist komplett broken, aber nicht auf Support. Weil ihr auf Support einfach nicht die Ressourcen bekommt, die ihr braucht, um Leute zu one-hitten. Ihr könnt damit natürlich gute Team-Fights spielen und auch dieselben Chain-Indians machen wie eine Nico Midland oder eine Nico Jungle. Aber... So Pantheon und Poppy und Twitch, das sind alles Cheese und Niche-Sachen. Wenn ihr die gerne spielt, könnt ihr sie spielen. Das Zeug ist alles B-Tier. Wenn ihr es gut spielt, kann es besser sein. Wenn ihr trollt, ist es komplett useless. Heimadinger ist kein Support mehr. Heimadinger würde ich nicht auf Support spielen. Swain fehlt. Ja, ich habe, glaube ich, erst 5 Mal über Swain geredet. Aber er fehlt definitiv. Ja, ja, ja. Zack ist same shit. Zack, Pantheon, das sind alles... Wenn ihr Duo-Botlane spielt, kann das insane sein. Ihr könnt da easy die Enemy-Botlane 10 Mal killen. Aber das ist jetzt nichts, weil ich sage, das muss jetzt in der Support-Tier-Liste rein. Also, ich würde es jetzt hier so lassen. Noch einmal überfliegen. Wie gesagt, die Sachen sind jetzt nicht wirklich sortiert in den einzelnen Tiers. Also, Blizzcreen ist jetzt nicht deutlich besser als Zona und Danny ist jetzt nicht tausendmal besser als Zyra. Ähm. Ich denke, das ist vertretbar. Man kann immer über irgendwas argumentieren und immer Sachen eins hoch oder eins drunter nehmen. Aber all in all, für jemand, der einfach nur eine schnelle, knackige Übersicht über die Support-Power-Rankings haben will, ist die Liste, glaube ich, ganz nice. Wie gesagt, ich werde das Ding einfach auf YouTube hochladen. Im InfHHH. Und dann können wir das Ding für 90 Stunden Vielen Dank.